Er hat gesagt, nicht das schon wieder. Wer hat das gesagt? Hä? Wer hat das gesagt? Simon. Weil ich mich aufgeregt habe, dass ich nicht snipen kann. Was ja die Wahrheit ist. Direkt glaube ich leben. Dann noch, dass ich auch garan. Schnitzleißung, gell? Hm? Schnitzleißung wahrscheinlich. Aber ja. Reißen Sie immer noch so viel? Ich wache es mal. Er passt. Ich will, ich bin sehr chillig. Aber das ist ja. Ja, cool, du bist der Sonne. Kannst du den roten Punkt irgendwie einschreien? Es wird leverage, natürlich. Der wäre viel höher, aber ich bin auf dem Fiefer noch. Ich bin auf dem Fiefer auf. Der hat heute keine XP-Klitches gemacht, wie ich denke. Ja, deswegen. Ohne XP-Klitches wäre er nicht so hoch. Der Luka hat einen Streamer gehabt. Wir haben eine, oder? jetzt bei der anzeigen das ist das ist die reverse okay es gibt einen tipp bei der double edit wo du auf die schaust und dann am boden und dann ein ding editierst am boden und der pyramide du so beide so zum beispiel bei links so richtig aufgetreten den beruhigen sektoren fehler so Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Nein, da. Join. Ja, ich finde es schon ein bisschen. hey luga warte warst du so einsturm kauft das triggert mich grad übelst das schaut ja viel scheiße aus du oma oder luga warte ja luga so play die tastige einstellungen genommen einstellungen ja ja was ist denn da ist der count er macht der zauber keinen großen unterschied ja hast du es ganz aufgetan ganz oben und ganz rechts ja habe ich hey warte warum ist das so kann man in vorten jetzt auch noch umstellen aber bei mir schon meine wie wachsend ganz rechts oben kommt mit dem eck kann jetzt sagen was echt ja hat dort strechst habe 3. Trommel 3. 4. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Da gehen wir den Team Cup, oder? Die Strike Cup. Besser geworden, angeblich. Nein, ich sehe keinen. Ist nichts gekommen. Kein Update, aber so direkt. Nein, nein, nein. Wir haben weiß. Hä? WTF? Okay, editieren am Anfang schonmal. Hab ich auch noch nie gehabt. Da kann ich wieder rein. Alter, wie schaut es denn jetzt aus? Kills an rechts oben? Alter, das verwirrt mich grad. Die Waffen sind beim... Alter. Die sind beim Dings drauf. Ganz im Round halt. Jetzt habe ich so glaube ich wie du. Es ist halt ganz im Eck zum Beispiel. Unsere Namen sind auch Liebsboden. Ja, ja. Weil das hat mich so gestriggert. Da wird der ganze Plotzer durch. Das fühle mich frei. Perfekt. Da wird der Flotzer durchgeführt. Irgendwo nochmal eingestellt. Weil ich blot und aufs Kredstombel. Der spielt einen Geigen-Skin wie wir und einer schreibt man zieht ja nicht man weiß nicht einmal ab und man merkt es auch meistens das geht weiter ich glaube die haben aufgehoben weiter was ist mit dem ich würde keine vertrauen Ich hab mal mit dem Basten gespielt, und ich hab ihm vertraut. Alter, kill mich, komm, na. Das tue ich meine. Ja, jetzt wird geschwitzt. Oh, heftig. Jetzt werde ich schwitzen am Ende. Jetzt werde ich schweizen. Das ist echt. Muss das sein, also. Jetzt wieso. Nee, eine Frage. Sie wird heftig. Deswegen, beim Basten haben wir das auch gemacht, gell? Mann, du kannst keinen mehr in Forten vertrauen. Es ist vorbei. Obwohl er schla... ... ... ... ... ... ... ... Auf der AFK gestanden trotzdem, man wüsste auch nicht den. Wir machen aber Farben, oder? Bei meiner Stick Base, das leichtert. Geil. Achso, das ist sick. Geil. 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 Eins gut. Der andere. Ich hoffe, das war der Leer, ich. Gerne. Schau, jetzt können Sie den Controller zeigen. Schau, jetzt können Sie den Controller zeigen. Was? Mit 50 Euro zog ich einfach nur 200 Euro, das ist so geil. Ja, ich hätte mir gedacht, dass du den nimmst. Das ist nice, vielleicht nicht miteinander. Kannst du die Form einstellen? Ich durche nur kaufen, aber ich mache nur so. Kannst du die Form einstellen? Okay. Die unter dem Stick. Machst du Xbox Sticks? Das sind Xbox Dinger, gell? Was für... Sticks. Von der Form oben. Oder? Ja, ja, aber was meinst du vorher? Na, kann man die Form zum Beispiel... Du hast ja unten Farben, gell? Die Form weiß oder so einstellen. Welch was weiß machen? Ja. Die Farben unterm Stick. Wieso so ich? Nein, ich habe das nur vorher. Ich sehe. Kannst du das mal tun? Oder leichten die immer so einfach so farblich. Ja, schau auf jetzt deinen Controller. Das ist grau. Das kannst du schwarz, weiß, rot, pink machen. Ja, aber es leuchtet ja. Sehr. Habe eingestellt. Ich meine, kannst du das leuchten weiß machen? Das meine ich. Ich weiß nicht. Ich hoffe schon. Kannst du hier einstellen nachher. Weil bei uns geht. Bei uns, Alter. Safe nicht. Gibt es vielleicht einen Controller oder was? Fernbedienung oder so. Alter, ich will nur meinen Traum machen. für ihn wie ein. Ja. Ja, ich will immer alles so zusammenstellen. Aber ich habe voll Bock. Kannst du machen, ja? Ja, so halt so konfiguriert. Es ist viel was geschmolzen, gell? Vielleicht. Ist mir wurscht. Ich weiß schon nicht, ob man sich vor... Weil bunt würde ich es nicht nehmen. Aber wenn man so einzelne Form anstellen kann... Weißt du was? Ich hole mir jetzt Spider-Man. Das ist scheiße. Freeze. Ich komme nachher. Passt. Passt. Mach mal so. Ist das ein Double oder so? Ja, schau mal. Schau mal, schau mal. Ja. Ist geil, aber die Mappen... Besserer Loot. Besserer Loot. Ja, ist klar, aber das schmützt, weil Weihnachten ist vorbei. Ich glaube nicht, dass es Schnee mehr gibt. Ich habe einen. Mal ehrlich sagen. Das ist übelst different jetzt da mit dem Anzeigebereich. Ja, ist klar. Aber es ist geiler. Ja. Gravester ist das. Ja, es ist... Also... Ich weiß, dass es kommt gerade auf den Auge. Auch die Person... Ah, sorry. Oh, da war keine Mütze mehr. Oh, glaube ich, gell? Okay. Hinter mir. Oh, das A und B. A und B. Mindestens. Maximal. Ja. 26er. 24er. Ist ja geil. Nein, 26er habe eh noch. Konfigurieren. BMW N. BMW. BMW. 4er für B. R. Ja, das ist er. Da ist es cool. Heute bin ich schön. A BMW, oder? Ja, boah. Ja, boah. Metallic? Wie geil. Ich hab so viel geile Form oder? Ich hab übel da war Weiß. Ja. Dann. E-Films sind ja geil. Äh, Auto bestätigen. Alter, von innen, Alter, was gibt's da? Alcantara fix. Das. Das. Wenn ich kommt, du, du, wirklich all inklusive, gell, was ich kann mit alles, es ist ein, du, und jetzt, was geht, ja. Soll ich. Über 20. Ihr Fall der M3 gesehen. Oh Gott, nein. Wie komm. Digga, da macht der Schwanz das gleiche wie ich, Alter. Hast du alles verrecken in der Hölle, Alter? Wurrenz an. Hey als ob er die Spiders kriegt, Digga. Weil er hat's auch bauen können. Ich glaube, wir können vielleicht sogar 3% rein. Ich bin so wild hier vor. Das ist dann echt saugeil, der ist wirklich so cool. Oh mein Gott! Ach so, jetzt kann ich count birds aufsummern, Alter. Entscheide, jetzt sage ich mal. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Es gab einen Differen Design, Alter. Komplett krank. Wir haben dann, ja, das war wirklich so ein guter Controller, gell? Ja. Man neigen kann, braucht nichts, nur einen perfekten Controller. Ah, geiler. Boah, ich glaube, das bist du, Alter. Ich weiß nicht, wie auch schon. Da ist ja Krone kap. Keine Ahnung, was er. Wo ist denn da drin, Lok Waiting Horn? Nein, oder wo ist denn da drin? Jo bitte, wie ist denn da drin? was ist die ab das ja so wir nicht ja das ist ich krieg nie ein pump oder so was vielleicht mal ein guter Aufwuchsnot wäre er hofft wieder ein wie so ein Berserker ne komm ich zu meinem Finishing, ich werd das so geil fühlen ja wie scheiße das, dann gibts mir auch mal ein pump Alter, der hört schwer wie Scott der hört schwer wie ja das ist schon mal nice ich denke wir haben die Impact bei Skuff was hat Spokes na aber da gibt es normale Alter boah stimmt warte warte individualisiere dann empfehlen die 4 PS für 210 Euro mit dem Code Max Gaff mhm aber der ist safe nicht voll ausgerüstet ich bin ja die 4 PS 4 PS? ja das sind 4 PS das sind 4 PS das sind 4 PS das macht glaube ich, oder? und es gab es auch warte mal der hat 2 PS 80 Euro mehr das Problem das Problem ist was ich würd das Armee ich würd auch gern so einen Skuff zu machen 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 schwarzen und also das ein her hat Meiner ist aber nur noch, gell? Alter ist bei mir drin! Hoffst du, dass es schlecht ist? Nein, mein FP ist leer, weil ich ja nie ein hochladen konnte. Weil ich eine Wausse mit einer FP-Aufung abgewandt. Und ich ging an, bevor die FP haben. Kommt, das nirgst meiner. Ich merke nix, ich merke von gar nix, was ich merke. Wirklich, das einzige was ich merke ist, die AK haben es wirklich besser gemacht. Sie bockt wirklich, der ist wirklich ein nice Waffen. Der macht Spaß. Das hat man. Dann, Schwarze Negger. Ähm. Ähm. Wox. Ja. Ah, Wox. Ja, scheiß doch. Komm, gehen wir mal Ding. Wo bin denn ich jetzt drin, Alter? Ist das krank? Da, schauen wir jetzt mal durch. Hey, man kann hier nur... Armor Maid nehmen. Hey, man. Ey, das macht doch keinen Sinn. Produziert mit Soundtrap. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst. Renegade. Renegade. Oh, du bist. Wirklich. Oh, du bist. Oh, du bist jetzt mal. Möchtest du? Bär, Bär. Bär, Bär, Bär. Bär in der Mitte und Bär. 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 Ja, ja. Muss man ihn noch von ihm Punkt gehen, ja. Richtig early auch. Nice, Leop. Dann geh früher Link vielleicht einmal. Ja. Dann muss er auf. Früch. Halb sieben oder so. War alles im Grund. Fuck. Wut. Was wut? Was schöne Büder aufhängen. Ja. Was für Becher? Nein, ich bin da aufhängen. Was für ein Bild pass ich? Pass ich jetzt mal an. Okay. Passt da. Jawohl, AK. Danke, dass die Texturen einmal laden, Alter. Das heißt, hier kam auch ein Turm. Nein, ich hab nicht finishen können. Nein. Oh, der bei mir ist ja Golden Jazz. Oh, oh. Ich hab, warte was. Ich hab, warte was wie ich bin. Sniper nur. Scheiße. Ausein. Ich muss sie mitnehmen. Warum kriegt jeder immer eine Shotgun-Papor oder so? Ich weiß sowas nie. Wie findet man das sogar? Warte, was? das haus wenn du jetzt der ausgang ist ich wollen dann gleich ich war im gleichen haus da war keine kisten davor ja aber das muss ich mir jetzt anschauen da war da war keine kisten als ob da eine kisten vorher war da kann ich das muss ja gesehen haben ich kann die kisten noch nicht aufmachen solange ich das auge auf mich machen auch geiler vogel ja geiler vogel was ist er noch da vielleicht bringt er mal imp mit ja mei 40 aus ja irgendwas für die schon oder der scheiß kopfgeld gereicht ja das scheiß gereicht vom kopfgeld okay mitzme degen na prekipium ttp reinox aber nicht noch mal nicht so bis ab jetzt nein schau gut noch ob man es nicht versenden sie ein das ist ein spiel und man kann in dem spiel nicht eine einstellung einstellen für eine warte dafür so einsetzen wenn es das vorstab doch den wahrscheinlich kennen sie das vielleicht illegaler snipen holla famous naja sie haben pc herr kurs wird wirklich ziel fernrohr nana ziel fernrohr noch mal einstellen dafür wie war der plus 10 zielen zielen ist ganz normal aber ziel fernrohr ist für sniper ja und jetzt ja noch mal so dass du schon naja krank warum warum müssen eigentlich stärken ziel faszinierter einsteigen weil die hau mich hier aber es ist truja na wir haben wirklich null also wirklich null so 0,0 das sagt eh schon jeder also wer jetzt noch das gegenseit sagt bro der geht nur auf was ist schweiger kontrol system und digital tab trigger was soll unterschied also besser ich hab eine schosskant luka ich hab eine schosskant markier markier ich hab die weg um mich nach mir na schaust drauf epische sniper luka ich kann es nicht um No attack! Wow! Wahnsinn, dass da was geht! Das ist ja wunderbar! Also, hier stand das richtig, ja? Ich bin so clean momentan, alter Basis ziehe ich einen Monat durch. Safecar, schaffe ich easy. Ich bin so stolz auf mich. Die Lows sind crazy, hey. Oh, kommst du in Greasy, drei Seiten. Die AK bockt zu hart. Wie dumm. Oh, der Laser! Wie soll es denn das? Ich hör auf zum schießen, weil ich glaubt hab, es geht sie aus. Er hat einer weh, beide. Oh, das ist krank. Ich hör auf zum schießen, alter. Aber ich glaub, da hab ich eh schon dead. Deshalb hab ich einen Rainbow immer gehabt. Schieß einfach durch, bis er wirklich dead ist. Ich versteh das manchmal nicht. Er hat da auch zum schießen, alter. Boah! Legitärer Schock dann. Hast du Mini? Ich hab gar nichts. Was pumpen wir? Pumpen wir! Nein, leicht ist es mir lieber. Kennen Sie es leer? Oder? Mitteltal wird es da bekämpft, aber das ist nice. Aber ich hab's schon zu oft gehört. Na, Drake hat wirklich gebaut Bretter. Drake, alter. Der Chapo wird von mir da unsackt. Ich hab's schon gehappelt. 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 Alle können Madkid oder so, alter. So Abzock. Vielleicht ist sie da drinnen oder was. Achso, da war ein junger. Ja, war er. Ich hab's schon gehappelt. Alter, was für ein Dream, Gott. Was ist denn das für ein Dream? Ich hab's gehappelt. Ich hab's gehappelt. Hä, wo liegt mein MP jetzt? Bin ich schon gehappelt? Hä? Ich hab's gehappelt. Ja, warte. Der ist bei mir nicht unzackt worden, Alter. So assi von Epic. Step, 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 da dran ist wer. Ah, ey, da oben. Ich glaub's doch. Alter, die Spider werden wieder abwachen. Oh mein Gott. Von Wound aus da noch zwei Seiten, Alter. So random, das Game. Nein, hier. Das ist das Schichste. Du glaubst, du kannst spawnen und dann hast du nicht. Das ist das Schichste. Du glaubst, du kannst spawnen und dann hast du nicht. Woah. Das ist low. Nice, wow. Er finischt. Der ist voll grey, Alter. Alter, ansatz war's ja. Der Junge wohnen gönnt er sie? Ah. Sorry. Na, du, du hättest safe als Spins holen. Scheiß, dass er die holt. Hey, die halt am Spiel bootet. Du, du hättest safe als Spins holen. Full-Line in dem, Alter. Hey, der hat Skink wechselt grad. Fuck. Hey, Digga. Das macht keinen Sinn. Aber der hat beide wieder. Digital Tap. Trigger Control System. Schaut geil aus. Den Garin nimmt Digital. Warte, ich gehe aimen. Das Ding ist so. Wenn ich auf Design verzichte, kriege ich anziehe 150. Was? Das ist Gornix. Ja. Das ist Gornix. Das ist Gornix. Das ist die Warte. Das ist die Hände. Das ist neu. Das ist die Hände. Du hast dich auf. Schaut mir Lippon, boom. Mama S-Va-Ruu. Was dann? Wenn ich den jetzt aussehaue Ja Ich glaube ich scheiße auf die Seite Wobei Warte Für mich hat sie die Seiten aufgehängt Wie hast du, wie hast du schnau Warum habe ich UPS-Express-Trainier Wille nicht zu nur 20 Euro zu lassen, dass sie schnau da kommt Haben wir jetzt auf die Seiten aufgehängt Hä, was wollen die, Alter Ich glaube ich kriege Hä, beim linken kann ich nur 5 Formen wollen Und beim rechten 6, Alter, was wollen sie Was ist das für Logik Und meinen linken Reifen kann ich orange machen Und die rechte Ferne kann ich nur rot oder was So unlogisch Das macht gern Sinn, ne? Ja, aber das ist ja wirklich dumm Hau an Ich finishe dich jetzt, du bleibst schön bei mir jetzt links Ich hab nur Sniper Ja Ja Lortos und Spiders Wenn du so... Warte Das ist Spiel, Alter Das ist Spiel, Alter Luka Ja, ich bin schon unterwegs Ich wollte keine Krankenwaffen, aber ist okay Ich hab... ich hab... ich hab' einen O-Cut Hauert Aber jetzt hat sie mich selber auch Hauert Alter, Alter, jetzt hab ich wirklich Läufe, Escort Fuck ist denn jetzt los? Jetzt hängt sich gleich mal blazing, glaube ich auf Oh, Alter Eine Mafia Oh, nach vorne Alter, na, bitte lass mich in Ruhe Anni Du bist ein Gott, Luka Du bist eine lebende Legende Warte, bevor es gleich ist, warte So, hast du schon Oh, Alter Huuuuh Hauert mich, dass ich hier entkommen bin Hast du... vielleicht... ich will ein P-Money Na, brauch's selber, wollte ich grad fragen Ich hab 5 geschossen nämlich Ich hab 40, Alter, was denn jetzt? Schau, ich tu jetzt markieren Jawohl, es ist einmal gegangen, oder? Schieß in die Luft, schieß in die Luft einmal Das Feuerwerk Heuer He, es hat markiert Wenn ich in die Luft schieß Ich glaub, du musst in die Luft schießen, ja Schau Du lieg da noch ein P-Money Du bist nicht vor Ort Schau, der ist markiert, der ist Sport Der ist Sportcenter Ja Ey, wie geil Ja Gott killen jetzt Jetzt ist schon wieder weg, okay Jetzt ist weg, aber wir wissen, er ist dort drin Äh, da ist noch einer Äh, da ist noch einer Höchst draußen Zielbrake Ich hab kaum ohne eine zum Sprayen nicht mehr Warten wir mal wieder mit Saukex Geben wir mal Madcats Jetzt habe ich 30 geschlossen in der MP Warte, da ist selbst ein junger P-Money Warte, da ist selbst ein junger P-Money Ah, egal, ich geh mal mit den Madcats OUDA LUGA, wie viel F-Masch Da ist es noch mehr Kommt noch mehr Hahahaha Es ist noch mehr Na, Alter, ich krieg schon einen Auffall ohne Mads YAY WTF WTF Stark Jetzt ziehe ich den B-B Ah, fett auf Machst du jetzt, leiste 20 Ja, okay Ist da nirgends ne fette Box Zone sagen wir auch, Alter ich hol mir überhaupt wie ein Chapo glaub ich, oder? Ist das Zone? Ja Unreal, Big Cap, Biggest Cap ever So viel Cap hast du nicht gemacht, gell? Cap, Cap Das ist halt so, wir sind wirklich wie Zone Nein, verstehe es euch nicht, link, rechten Daumen kann ich... Nein, das ist so dumm Was wollen die? Na, for real, Scuff, also das... Darum werden sich schon einige Tochter, muss doch, Frau Schiss Na, es ist Control-Disk ist statt ein Steierkreis, das schaut aber so fett und schierig aus wie Lost Wo bist du, welche Seiten, Gott? Scuff Scuff Boah, ich finde das so schierig, das Ding da, des Steierkreises Äh, und das bringt das auch nicht so früh Ich finde das so ugly, Alter Ja, nur... No joke, gell Du kannst ja am Ding spielen, oder? Du kannst es halt zweitens dick nehmen Ja Rein theoretischer, ja Also, deswegen probieren jetzt Aber was ist das schnell... Warum kann ich das irgendwie aussiedeln? Müsstest du versandt sein bei Ding Bei... 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 Ja, gell... Bei... 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 Vor allem noch 7€ verlangen für so ein hässliches Ding. Naa du brauchst mindestens über 199€. Dass du zu 14. Ich bin jetzt schon zu 150. Ja, ich hau ein Design-Auffit. Da bin ich vielleicht bei 2. Ich bin jetzt super. Hey, das geht. Ja. Aber, mir kommt von den Sklubs für ein Air-Pick. Die erste Raketen-Mission war ein Schicksack. Aber wie heißt das so schön? Eine Raketenabschluss-Ramberg. Ich führte der damals selbst. Und zu den Ramberger hat eine größere Rakete mit mehr Teleskop-Tack. Und die hast du mir erschrocken. Hat der ans Gas? Also jetzt. Das findest du sich überschritten. Bro, oil ist auch vor Jahren, glaub ich war's noch mal, ob der jetzt dann hat. Sie ja nicht. Na. Aber ich will nicht wissen, wie er damit umgeht. Das wird die Fokussier-Stärke deutlich machen. Das wird die Fokussier-Stärke deutlich machen. Hey, der war voller Chips. Voll fett, Digga. Schau eine Zone an, schau eine Zone an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oder Luger, oder ich bestür mich. Warte, was, jetzt haben wir zusammen bestür mich? Oh mein Gott. Bringt's den X. Weil dann kriegst du trotzdem minus 50. Das bringt's dann noch weniger. Hey Luger, will dieses No-Jug noch weniger bringen? Was? Wenn wir zusammen bestellen werden. Warum? Weil du kriegst den nur minus 50. Ja, bringst du weniger dann. Ja. So, also minus 50 Euro, so. Ja. Auf 2 musst du denken. Ja. Und in die Hoffnung nimmt, Flaschen-Post kommt nicht an, weil man zuversoffen sind. Was, ich bin nächstes Jahr 18. Ich war's, ja, ich bin nächstes Jahr. Vorjährig. How's they come that turn? Au, er hat ja. Ist ja das Anil auch. Ja. Schau, Alter, ich bin einfach neben der Zone. Ich mach jetzt auch Brut mit der Zone. Boah. Damage kriegt. Hä? Was sind die Einstellungen jetzt? Farblich. Maa, ich bin einig. Was denn? Ja. Du hast ja Farben blinkert. Ich muss kein, oder? Maa, ist aus. Hast du ein? Na, eher gedacht. Maa, mein Pass. Na, weil die ist auf 10 gestellt. Also hast du es aus, aber auf 10 oder wie? Naja. Der macht da auf 10? Ja, lass. Dann flippte ich grad nur noch. Hä, aber warum hat der nur... Ja, ich glaub... Ja. Ja. Vier Pädels ist halt sicherer. Du kannst sonst es obisch schrauben in M4. Aber wie ist es damit viel? Ich glaub, zwar ist es schon besser fürs Zocken, weil... Sagen wir, du willst einfach nur springen und was... Springen und reizwürdig. Zum Beispiel in Fortnite, ja. Und dann... Hast du nicht... Dann nimmt das nicht so viel Plots... Der braucht ihn nicht. Dann nimmt dir das nicht so viel Plots weg. Weil, ähm... Tier-Eck kann ich so das so... Obigennenswertes besuchen jetzt. Oder... Oder zur Picke. Okay, anders. Jawohl, wo... Wobei Picke... Na, Picke juckt. Auch nicht, ja. Picke ist schon geil, glaub ich. So, auf dem Pedal drücken, aber die Picke. Ja. Keine Ahnung. Ich hab nicht einmal an Skaffeln real-life gesehen. Ja, noch nicht. Ah. Warum haben wir jetzt noch nie so was in der Hand? Kann man es nicht mal vorstellen. Wie leicht ist es auch einmal ein... Impact das geilste, der was es gibt, oder so. Oder so. Na, aber mir macht das Gott fertig, wenn du denkst du druckst... Erzwaage. Und es... Die Picke löst sich so... Direkt so. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist, äh... Ist das ein Smart Trigger, oder? Ja doch. Smart Trigger, oder? Ja doch. Smart Trigger, oder? Das ist wie ein Mauskick in der Ort. Ich hab's auch extrem nicht erwartet. Ja, was das ist, ist mir ehrlich gesagt egal. Aber das Gefühl, sowas zu haben, ist schon nice. Also... Also... Weißt du, wie das ist? Nein, nein. Nein, nein. Also... Nein. Was will man denn killen? Der hat Lila. Oh, da greift er mich an, glaubst. Nee, ich geh von der Seite, dann auch. Da greift. Ah, still it não. Nein, nehm. Bin jetzt, oh da, egal. Baby, cause in the dark... Komm, geh mal jump out. Drug. Wie viel leichter hast du? Schau dir die Endzone an. Drop 50, Drop 50. Aber in der Ding schuf. Jaja. Was ist ein Rumble? Ohne Rumble 4 Euro mehr. Was ist das? Ich weiß gar nicht, da ist voll die wichtige Einstellung. Na warte, ein Rumble... Machen wir das auf Englisch. Ein Ding, wahrscheinlich... Batterie, oder? Ein Vibrator. Nein, nein, Vibrator steht extra. Na, oder? Nein, das kostet dann mehr, wenn es das weg wird. Ich weiß es nicht. Ja, das ist kein Sinn macht für mich. Aber ich lasse... Ich kann aber aus, ich brauch das nicht. Jaja. Ja. Weil noch ein Victor weniger. Ja, das auch. Boah, da sind zwei Kisten, um was? Was? Baust unten auf. Scheiße, wie komm ich da... Oh, jetzt hab ich nicht mitgetaucht. Bauen wir uns so viel. Ist das gar nicht fest? Scheiße. Boah, ich mach jetzt den Move. Boah! 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 Bitch! Boah! 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 Hier ist doch derこう-Jugel da drin! Die Zone, das werden wir nie wieder haben, ich glaube in 3 Seasons, das ist so geil. Shield Break. Hast du jumpet? Ich bin hier. Achso, komm. Nein, nein, gehen wir zu dir um. Direkt auf, ich lande. Auto-Win-Flash. Was ist das? Das ist der P-Effekt, habe ich. Normal Shield Break, place the chest, jumpet. Vorsicht, sie wieder endlos healen. Setzer Blazer, direkt auf, direkt auf. Ah, Shield Break. Freaking low down. Ich bin hier. Ich muss noch Pumps spielen. Ach, Digga, was ist das jetzt wieder? Nein. Boah! Nein, oder? Let's go. Naja! Ich sag jetzt lieber nichts. Naja, wenn du an Skaff hast, dann tust du auf, eh, wahrscheinlich auf Steuer, ich wollte es nach rechts editieren. Aber du musst es auch einstellen. In dem. Flughafter bitte, komm. 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 Ihr hört Gott mein Sticks aus, ja. Komm. 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 Sehr stark. Komm. Komm. Das ist meine verfickte Krone, Digga. Ist die verfallen jetzt oder was? Super. Wie gay ist denn das jetzt? Drecks Game. Gehen wir weiter links auf, Hörber. Oh, Alter. Ah, ich habe Jumpies. Hilfe. Zwei Steck. Ja, bei mir da ist es, entschuldig. Nice. Ein, zwei, drei. Ich werde links. Und Eyo sieht das Visier aufkommen. Ich werde gepusht. Hauber. Ist der im Wasser da? Ja, der ist da. Der ist g'nockt nur. Der ist da. Da ist die Fumpe jetzt um. Das Minus, äh, 64 Gang. Hecht! Dann geh! Dann geh ich! Oh, wer hat den? Okay, Spray ihn! Spray ihn! Spray ihn! Ich habe einen Schlag. Ich habe einen Schlag. Ich habe einen Schlag. Dann. Der war geil, ja. Boah, ist doch Holba! Holba was? Junge, ja, ich bin aber extrem spät angekommen, gell, da hat es mich schon geschreckt. Nein, bin ich angekommen, Mann, oder? Noch, nein, Holba, ein Trainer oder so. Ja, ja, ja. Direkt nach einer, oder? Direkt nach einer. Ne, wir sind bereit. Aber leider keine Krone. Scheiß drauf, Alter. Ich glaub, gell, die langt. Es gehört auch viel Klick dazu, dass du eine Krone kriegst, so von den anderen oder so. Da kommt zunächst schon wieder, es gibt Reactive Trigger und Standard. Ja, die Reactive sind ein bisschen enger. Ähm, na, warte. Der Zahn nach innen, glaub ich. Der macht, glaub ich, ein Stück, ein Stück aus. Ich weiß nicht, was. Es ist ein bisschen buggy, Gott, an mir. Luger, ich soll immer an der Appel an PS4 scuffeln. Und wenn ich auf... Oder PS4, PS5... Pull da da, Mann. Ja, da, der ist ja wieder. Oder? Ich durte ihn nochmal so unten. Es ist unmöglich, dass ich nicht erwischt bin. Wir schauen mal, die waren schon designt von anderen. Okay, nice, ja. Ja, das ist es. Kann man krass, ey. Kann man crazy. Das ist wirklich unnötig, nein, aber... Aber ey, kann man die Scuffs dann oben, also die Paddles dann oben gehen, oder? Bart, ähm... Doch, Kost. Weil die sind ja so... Nein, Kost oben gehen. Kost oben gehen. Mein Bruder hat einen, pass ich. Amit, also... Oder das mit so die... Du kannst da oben schrauben, du kannst neige auf die Tun, Junge, das ist... Das ist sehr gut, oder? Das ist halt aus Gas. Du hast eigentlich schon was Pedern für den Grad. Ja. Ja, schau. Ähm... Die Spider, das sind ja so richtiges Spider-Panel. Ich weiß es nicht, aber Impact ist schon nice so in der Hand, wenn ich so sieg. Ich weiß es nicht. Ich will ja nicht mal in... Die sind in Arm gongst. Was noch? Ja, wurscht. Naja, das ist schon nice, aber... Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ein Lila Nempick-Angl. Das hatte ich noch nie. Das werde ich auch nie mehr haben. Hau an. Was? Hau an. Was? Das ist... Nein, Bro. Das wirst du nicht mehr haben, gell? Ja, das war jetzt ein One-Man-Luck. Das hat jetzt einmal gesaugt, Alter, für einige Monate. Was? Boah. Es war leid wieder bei mir. Fuuuck. Ich hab... Ich hab nur MP. Das hat kein Monik. 據 Bin an. Das ist... Der bre ist one-Shot. Alter, wie- Alter wie One-Shot! Ja? Alles noch. Es war wie- oben. Ich bin da. Was machst du oder? Gnockt nur. Nein. Flack. Direkt noch einer drauf? Als Nore, Alter. Maa, Alter, deine Mutter. Warte, ich komm gleich wieder. Ich hab nie... MP, geh... Geh mal kurz ins Lobby. Ja. Komm gleich wieder. Wenn du MP zu einem Aufung kriegst, du bist trotzdem am Arsch. Also... Du kannst auch paar killen, aber... Ich komm gleich. Und dann,UR. Warte, du bist dann, oder? Warte, du bist dann... Ich komm gleich wieder. Wir sollen die Welt Gremadern einen Fuss haben. Ich komme gleich wieder. Ich komme gleich wieder. Vielen Dank. 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 Nice. Ja, das ist das Problem bei Dings. Okay. 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 Elsa. Fantastic. Okay. Mal believe I was on this thing. I really like the field fights. Das für dich bin ich wirklich nicht. Der Beste. Das ist auch noch. Hau an. Hau bei dir. Nice. Direkt im nächsten Dorf. Ich habe gerade gesagt und schon das Gegenteil bewiesen. So geil. Nur eine Tour, nur eine Tour. Nice, das hast du auch gemacht. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ah, das ist in der Box. Ein. Ja da. Ist doch ein Kult mal. Ein Kult das mir. Ja, ich kann. Hast du Minis? Mach das ein Kult. Ja. Kommt mal weg. Ja. Kommt doch nie aus hier, Alter. Jetzt kann ich dir einen in der Luft treffen. Da ist da unten. Oh. Man kann ein Spinnennetz abbauen. Ja, aber das ist doch los. Ja. Ich habe es gerade einfach anbaut. Ich warte mal rein. So bei mir ist es wieder. Krass. Warte, ich nehme Speiling mit. Snowbear, Alter. Ja, aber das finde ich geil mit. Immer so den Lockkummern. Aber wenn du jetzt voll hinkaufst. Das machen wir halt. Solange sie nicht alle auf A mal kommen, dann ist es mein Geil. Ja. Alter, heute sind alle eine. Ich bin noch so flacher. Gehenst du? Ja, ich muss gerade eine Lahn machen. Bitte? Ich habe nichts gesagt. Ich komme schon. Über 40er Hedgehammer. Rechts. Ein 30er. Na, scheiß. Digga, eben 1,25er Hedgehammer. Ich habe das Game gerade, Alter. Das war jetzt eh. Wartver. Alter. Bike life, bike life, bike life. Bike life, bike life, bike life. Alter, das ist... Ich hänge da, Alter. Sie sehen, haben wir gerade das gleiche Problem. Ja, das ist Pidermesser so verpackt. Der Lasert so rapid. Vom High Ground. Er hält sich. Er hält sich. Na, jetzt ist der Ernst, oder? Der ist zu hinten. Der Schamper zeigt mich. Warte, ich musste schnell klippen, gell. Der hat sich durch meinen Boden durchgebracht, glaube ich. Er wollte Schamper. Was? Da ist einfach eine Kissen. Was soll die Scheiße? Na, oder? Schreiker Gold. Ich fass es nicht, oder? Alter, nein. Alter, ich land jetzt nur mal nur da, wo ich es nicht glaube. Das geiler Loot ist. Ja, Luger. Mir kommt vor halt echt zuvor. Städte landen. Bringt sich nichts. Außer Greasy zum Chapo. Ganz ehrlich. Na, Chapo, das ist so ein geiler Typ. Demo, ne. Na, aber for real. Das bringt sich nichts. Sobdominus vielleicht herwerfen, bitte. Hauptsache da liegen welche, Alter. Ey Puppe, gib mal Nummer. Ey Puppe, Puppe. Ey Puppe. Ey Puppe. Ja, ich bin noch mittlerweile bei. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? Nein. Ich muss es klippen. Bro, greif mir nicht an. Ich muss es gerade klippen. Ich hab, Alter, ich hab das noch nie in ganz Fortnite gehabt. Oh, der ist glasert. Alter. Weißt du, was passiert ist? Ich muss es klippen. Ich hab unabsichtliche Eins drückt und auf einmal Damage. Weil er war auch auf einmal da so. Na. Ich muss es schnell klippen. Schau, wir reden da so, gell. Ja, ich kann immer sicher auf einmal anschauen. Auf einmal hab ich ihm ein Damage gegeben. Also irgendwen. Auf einmal. Also sagen wir mal so random. Alter. Nein, ein Damage hab ich im Game. Was hast du hin dabei? Minis. Raus streamen. Okay, ich hab, ich hab den Spray. D***, war das jetzt. Random, Alter. Auf einmal hier ein Damage sound. Das hab ich gar nix checkt. Hä? Fühlig. Hast du schon mal gehabt? Nein, ich hab's auch noch nie gehabt. Hauptsache fühlig sagen. Nein, ich hab nur noch mal Spay-Kranken-Protz gehabt. Ja, Prädikt. Da weiß ich ja, dass wer ist. Aber wenn ich da irgendwas loote und auf einmal drücken kann ich auch noch. Und auf einmal ist da ein Typ. Auch um die Ecken grenzt. Und noch Scaf weitermachen. Ich hab so Bock auf die Scaf-Kartner. Ich würd jetzt quasi die Longshot Scaf holen. Naja, ich glaub das wollt jeder. Seit dass ich auch PS4 Colt hat. Oder besser gesagt, der Xbox Colt hat. Na, Fortnite. Also, ich würd schon so Season 5 oder so. Wurd ich schon Scaf was nehmen. Das war ein Banger. Das war im Radio einfach. Das Ding ist... Wie lang heute? Bei mir ist ein Tixi-Claw. Das ist auch so auf PS. Was ist das? Was? Gönn dir. Ähm, nein. Hold it. Das heißt Scaf Long. Das ist die größte Sorge. Ja, du musst halt... Er ist jetzt wirklich nicht... Er ist jetzt wirklich nicht aus Metall. Aber wenn du drauf schaust, du darfst schon 2-3 Jahre halten. Kommt halt drauf an. Aber gut, es kann auch sein, dass sie übelst bei dir verschissen haben zum Campy-Orient. Es kann alles sein. Weißt du, ich werden... Ich werden zwar auflohnen, gell? Und so Sachen... Ah, unten. In mir. Gegner? Unten, ja. Ich spring jetzt ab, und gib richtig den kleinen Tablet. Okay. Nimm einen Meter, okay? Ja, passt. Ah! Was waren das für Pots? Die heißen einfach gleich. Na, du hast dann gelegt, ey. Ich hab angegriffen. Ich hab angegriffen. Was du? Maybe in 1 Minute. Und unten rechts ist noch Biggie. Du, du musst nicht die Pobel machen. Die neun, nicht zu natürlich. Ja. Jetzt bin ich in eine Sandwich angegriffen. einer von Lufthansa, die da ist weg, oder? Ja, genau! Ach, Digga! Ich bin dead! Jawohl, Alter! Na! Eine von meinem No-Klang haben. Noch. Wo denn, Alter? Von wo? Da ist Low, Alter. Ill war noch, er muss kommen. Wahre F*** gehackert. So, wo ist die Mongo, Alter? Scheiß Hacker. Die Leute jetzt schon hacken, Alter. Ist ja so ein Arschloch, Alter. Ja, aber jedem Kind kriegt's. Ah. Das war halt zu geil auf Green Life. Na, Alter. Das kann ja gar nicht sein. Zum Kill kriegt? Ja. Ich hab gar keine Life mehr. Zum Healen oder nix. Spray hab ich. Läng die Fischer ab. Da greifen sie mich ab. Hä, ich hab mal schütt' noch, Alter. Was für F***? Ich hab vom Fall Damage gelissen. F*** egal. Oh, geil, ja. Ja, greif uns einfach nicht an, Abi. Damit man dir nicht killen zogen. Bro, wir sind Menschen. Wir sind übelst außerzeit zu dir. Oh, 150 Spacer drin, glaub ich. Da ist ein Piggy drin, gell? Ja, tränke. Okay. No. Du willst da jump it, gell? Ja, ich hab auch welche. Schau, wo es noch gelungen ist, gell? Ja. Ja. Ging mal. Ist er da drüben? Und rechts, rechts! Oh, ein gefährlicher. Mit was fort der? Was war das? Keine Ahnung. Ein Snowboard, glaub ich, oder? Nein, ich hab gar nichts. Seit wann gibt's Snowboarder? Das hast du, oder? Nein, der ist ja... Der ist ja... Also der ist ja... Im Laufen halt. You know? Der ist ja nicht geflogen. Der ist ja nicht geflogen. Der ist ja nicht geflogen. Puschen. Zwanziger. Ja, Puschen. Puschen. Nein, sie pushen uns, meine ich. Ah, okay. Alter, was ist mit dem Typen falsch? Was ist mit dem Typen falsch? Ah, sorry. Nichts, sorry. Gut, Shikera. Die Position end. Npc. Das ist ja ne Schwuchteln. Ich finde, das merks dann so gewisse Ediths, was man sonst sieht, oh. situation gestresstige situation und du musst auf kreis drücken und so bauen wir ausgewischt und schießt das ist geibig für diesen vier fett ist ein saugeil so was jemand ja weil du kannst du machen also 3x um vor allem wenn du bist fertig machen ja ich muss schon ein liest, dass ich halt für die irregular verbs irregular sind das für kleine pikke alter das ist ja casting set oder so ein weiter begin 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 Beginn. 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 Auf Fülle, Playbop. Playbop. Leverbore an Snor. Äh, nur-nur ausgaben. Okay. Feet, feet, feet. Geh mit Spittel, Leverbore Gott. Den Falle, äh, nur-nur gegen Asja. Nein, stimmt. Arsenal, Alter, ich liebe. Schon. Ja, also, Arsenal ist eine Mannschaft, der war früher meine Lieblingsmannschaft, wenn wir nicht. Für mich war's Top 3 Argument. Guter Vergleich, dass ich das sehe. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Ja, ja, das kann ich, Alter. Er geht jetzt so weiter. Das ist gefühlter anderer Controller, also. Warte, vielleicht, warte, wenn ich die Sau halte, da hab ich ja dann die Pedals. Ich glaub, Ding, ich glaub, Impact ist geil ab. Weil, du, halt, was auch schon mal. Halt, das ist so, und ich, so, mit dem Finger und dem Finger zum Unten die Pencil, okay? Du musst mal schauen. Scheiß Copyright Musik, Alter. Gute mal Stream gesperrt wegen ihm. Alter, halt, na, oder? Okay, was kann denn ein bisschen passieren, gell? Ist das schon mal? Oh, Alter. Das war beim 7-Jahren-Moddy-Art. Amm-Moddy-Art. 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 Mir fällt gerade ein, dass es durchgehend Copyright-mäßig geht. Ach, fällt mir gerade ein. Ich hab's gar nicht gemerkt, aber ist so. Was, du bist doch der Marker. Ja, oder? Dann ist es halt ein Copyright-Stream. Ich schau mir noch ein paar Unterschiede an. Alter, Luca. A SCAFF, du musst denken, jetzt. Und SCAFF ist... Der SCAFF-Impact offers a completely new controller-experience and includes four removable pedals that are sicked into the back of the controller-body. SCAFF-Caming, oder? Na, Google. Frage gestört. Ige Mine. Lami, Lami. Aber du... Wie warst du? Mir ist halt einfach Aim am sympathischsten. Es hilft nichts. Ja, aber ich mein... Ähm... Impact-Warding. Ach so. Na, das Ding ist da? Ja, keine Ahnung. Nicht so. Oder einfach... Einfach irgendwas bestellt da. Beide bestellen und schauen. Die Mine haben's erweitert. Oh mein Gott. Okay? Ja. Und ich hab ein Sniper gleich. Und ihr Pump. Nice. Mine haben's wirklich erweitert, ja. Nice. Mine haben's wirklich erweitert, ja. Digga, die Mine ist ja übelst krank, Alter. Die haben's mit der aufgeführt, hey. Ich bin der beste Spieler. Ich hab einen Hatschersnive gemacht, ja. Fühlt sich geil an, gah? Ich... Na, der alte Sound ist ja legendär. Du schießt... Alter, was ist denn mit dem? Alter, ich bin der Beste. Let's go. Schau mal jetzt an. Ich glaub, dass man Geld abmacht. Nein, irgendwas muss ich nicht einmal. Wir reden immer so, aber man ruht sich nicht. Weißt du immer? Ich hol mir einen Safe. Ich hab's schon als Dingst, aber die Frage sollte man rechnen. Ja, ja. Impact also. Havi. Und Zeiten. Aim auf dem Internet, mal Aiming Bastard. Ich, Aim oder Scuff. Ich mein, ich mein, King hab ich gemacht, Manni. Ah, wtf. Mega Plastikstreck, Alter. Der bricht nach einer Woche auseinander, wenn du Glück hast. Kurz Aim gefrontet. Ja, ich bin so gegangen. Der konserviert. Schau, da geht's runter jetzt. Alles ab, hä? Das hat's davor schon gegeben. Nein, schau da. Ist voll neu gehalten. Da runter gegangen ist schon einmal. Schau, da geht's weiter. Scheiße! Done, arising gar nicht nach der 좋아요. He-he. Für uns ist das ungefähr... Vor uns ist das Premier. Steigrücken. Ich bin 없어요. Ercondinging nicht den Optim. Wir fahren. Reboot. Reboot. Was gibt es auf Automaten? Scheiß auf Automaten Ey das ist ja geil wenn es dann immer ein Pistol oben aus hat Das ist das Warnschott, vertraue mir Die Quelle, vertraue mir Bruder Also auf einmal habe ich gar keine Blumen mehr gehabt, gell? Da war ich gerade zu gierig Da drüben, Shifty, Haus immer, beim Kolder Ja, Alter Was komme ich an, Splashes? Nein, ich habe da Minijop Achso Ich müsste noch gegner werden, keine Ahnung Ich weiß es auch noch Ich will nicht auf einmal weglasert werden Oder du kannst Scheiße bauen, Alter Ähm, unten, da unten, warte, da Ja Okay, ist weg, gell? Ich glaube es ist auch noch cool, gell? Ich glaube es ist auch noch zu sprain wie ich vorher, gell? Ich war so bierig, weil ich wollte es war, gell? Aber, ich mache es nicht so geile Wochen Nein, weil, wenn ich ein COD mal wieder zock, gell? Wenn einmal so krankes COD mal wieder kommt, gell? Ist das Schaffen auch immer so geil Nein Black Ops 4 Ja, aber es kommt mit Nike, so Ist jemand? Ja Remake vielleicht Direkt in Nike gekommen, als es hat Black Ops 3 vielleicht Remastered Kommt vielleicht Wir wünschen es ja einige Wie die Zinn? Auch wer dabei Ich bin so heftig oder so Der hat halt Scuff Gaming, gell? Scuff Gaming hat halt, ja Es kommt auch auf, ja Entweder Scuff Gaming oder ebenso Ich entscheide mich nicht zwischen welchen von denen zu sein, sondern ob ich einen Impact oder einen PC habe Ja Ja, safe Aber billiger kommen würde ich bei Aim Und ich will, meine Paddles sollen jetzt nicht so straight over gehen Das sind so, wie so Ja, das ist schwierig Das sind geiler Schwierig Bei Aim Bei Aim Was ist ja oft Aber Bei Aim Was ist ja oft Hmmmm Chaosangabe aber nicht Zu Weihnachten, warum Keine Ahnung, warum ich eine Zwicklung habe Ja, aber du 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 pass auf das ist ein kanister das sind schweine oder für den raum reboot ich habe der trupp ey was jetzt schon ja pass, gib Spray dann, gell weil irgendwie wohl jetzt auch irgendwie Mallorca auch nicht weg werden ey Drecksviech wieder ein Zauner, Digga so, ich würde weiter für 150 WD und kriegen Logo das ist 60 Euro mehr als bei Nanoscapt, gell also bei 2 Paddles mehr, da habe ich Triggerstops und da ist nicht dran check, check und labern jetzt auf kann mir der Hund da nix vorstellen bei Nanoscapt oder was? oder Mindscapt? na geil, wenn du sagst den Preis, dann sicher den ja nix ich muss ihn schon sagen ich hab da einen schon geklappt ja, aber da wird's ja nicht, oder? weiß ich nicht, muss ich dann schauen weil irgendwie steht da irgendein Versand, obwohl ich kein Versand ja, da wird's ja nicht hä, von wo, Alter? ich werd pushed naja, Berg keinen Schwuchtel die MK7 macht glaub ich einfach nur mehr auf auf Range weniger schon, aber sonst nichts geändert ja, wahrscheinlich deine Mutter ja, wahrscheinlich deine Mutter ich komm auf ja, 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 da geht's jetzt full up Endzone fight wenn wir die kriegen, haben wir gewonnen Alter, ist lag, Digga ich muss mich einbauen können, das geht nicht anders ich muss mich einbauen können, das geht nicht anders so weird, Alter ich muss mich nicht sehen ein Pyramidikast und ein Furkan, gell? ich weiß nicht wird wieder nicht gekönnt das ist der größte Pain das ist der größte Pain Digga, das scheiß spült, Alter ich muss mich nicht sehen Alter komm, Alter komm, Alter das nächste Mal, wenn du 2 HP hast, dann schreib mir an, h yo, Bro, ich 2 HP na, geh mal, geh auf na, Box, Alter, shit ja, okay Box, Alter, ist nix los na, Luca, schau dich aus na, Alter oder willst du oder willst du sagen, oder das ist so eine Muschi, Alter, der immer 2 HP hat da wäre ja dann noch ein weglauft Hild dazu sagen, was mit 10FPS das Ding ist, schau beim Impact, da geht er weiter runter das ist einfach, glaub ich ah, ah ich geh nicht so schierfalt ich spür's immer an anderen Luca, du kannst einfach die Sticks auswechseln, gell? ja, kannst du alles, wasi Impact oder oder der beste Scuff na, bleiben wir du, wir müssen einfach Freezy mal wieder landen, was haben wir jetzt gar nicht, Alter tschüss, tschüss tschüss, tschüss wir müssen eigentlich schon denken, wenn wir einen V-Fight haben, wir müssen immer aufs Kreis drücken, dass wir wieder zur Waffe wechseln können, gell? ja, was, so auf, auf, auf zurück gehen äh, wir, also, das ist ja voll der Nachteil aber, du glaubst es gar nicht Tja, tschüss ach, tschüss ah, tschüss ach, tschüss pfh, ach, tschüss 哎, tschüss, tschüss Columbus, tschüss im us ja da sie war es hat man kaut es nicht so selber in die hauen tom oder gar nicht ja ob der mitspult war sie jetzt nicht weil sie jetzt dann der wird nur 190 kosten an dem was ich da heute geschickt habe 30 euro sie mir den holen effekt vor der tastendefekt draht muss wieder angelötet werden sicherheitsschraube wurde aufgebohrt am sechzehnten dritten 221 und 234 euro gekauft und das haunt am schädel so dass es was bei scuff gaming oder was jetzt das ist gut das ist gut ja aber die leute ja der verlangt wenn es den drei jahre schmeißen dass er noch geht ist das internet war das keine alles ist das ist wirklich bruder das waffen auf dem automatisches cap das geht aber von mir das habe ich bin mit der bauten mit der bauten mit der bauten mit der bauten wala waschen got one got one ok die kissen ist einfach nie ganz schick ja was noch ich komme nachher noch vorbei wo ist die kiss nie wird paranoid die kissen ist einfach alles mal das unten da gibt es ein unteretage wo bist du also chapa es ist einfach Irgendwann mischt dich schon wieder ein. Ah. Ah, dann hat er einen 35er snipen. Na. Und da werden wir wieder beim One-Shot machen. Das Haus ist ungelotet, Alter. Ah, das war richtig ein Fail-Landung, Alter. Ja, jetzt kriege er einen Pi, Alter. Jetzt brauche ich auch keiner mehr. Ja. Ne? Das dauert einfach so lange. Ein Springer und das geht, Alter. Wie viele Stück? Wie viele Stück? Wie viele Stück? Ich habe den FAM-Bomber an. Ah, das ist ein Gerät. Ja, Digga. Das ist ehrenlos. Ja, da haben wir auch Gaming anormal. Man kann einfach durchs Spiel. Ja. Wie die Leute umgehen, verranzt sind die Sticks. Ich bin wieder da. Nein. Wie leid damit umgehen, also in der Nähe. Aim-Controller PS5. Wo ist denn das? 3,23, Xbox One Elite. Der ist ja ein bisschen stabig. Von Xbox gibt es halt einen Xbox One Elite-Controller, gell? Es gibt Gaming-Mäuse. Warte mal, was hat denn die? Der ist saukrasse Xbox, ähm, der Xbox, ähm, die Xbox One Elite-Controller. Warum ist der besser? Also nicht besser, aber Xbox-Ein-Macken. Habe was Aim-Controller, Aim-Maus? Was macht so einen Vorteil bei einer Maus? Was? Es gibt Aim-Controller, genauso Mäuse. Ja. Ja. Oder einfach ein Gaming-Maus? Ja, eben. Controller ist leer. Soll das OP sein. Ready to send in. 24 Kawa. Ach so, okay. Ah, ja. Versteh. Das sind aber hässlich. Noch ein paar. Alter. Was ist send in PS4-Controller? Ich warte es leider nicht. Nice. Ach so, naja, doch. Du musst du deinen PS4-Controller einsenden, und den machen wir nicht. Ich will Sarah 30 Euro kriegen einen heftigen. Ich glaube, das ist ja aber leider nicht. Soll ich nicht machen, Sarah 30 Euro, nice und Controller. Schmeckt. Ja, du musst deinen Controller reinschicken. Wie passt der? Den jetzigen. Und was machen sie damit? Bro, der hat schon Stick-Stift und so. Das reparieren sie eh. Da kriege ich neige Sticks. Wer braucht's denn? Halt, der Spur immer, Fuchsgauer. Wenn's meinen machen. In dem Levan und da rein. Okay, dann mach. Ich finde das für die Verorsche. Das ist so, die Controller kostet das anzieht schon 3. Aber das ist so mit 20 Euro. Das ist so, ja. Aber so, nein. So einfach so übertriebenes Sticker. Kann schon das wie leer sein. Oder so einfach so clean. Ja, an zum beiden. Oh, das ist schon geil. Da ist dieser. Ich glaube, wir machen einen Cleaner. Der ist halt mehr, der ist halt mehr fresh, also der. Ja, wie ehrlich es ist. Ja, was denn das kostet, ist ein 30er. Ich hab ja schon wieder Pump. Hier, ja. Jawohl, ich hab einen. Ich hab ja schon wieder Pump. Hier, ja. Jawohl, ich hab einen. Easy. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Komm. Das ist ja nicht einfach. Wenn ich jetzt stirb, Alter. Ja. Im Busch sterben, Alter. Ist das krank. Da komm, letzter. Und da. Irregular verbs. Das rammt da. Das ist ein Scaff Infinity, gell. Ähm. Für 230 Kaffee. Ich. Ich. Was? Du musst liefen. Ah. Was ist? Warte. Ah, okay. Nein, ähm. Der hat, der hat. Nein, also an. Scaff Infinity, also. Scaff Gaming, normaler PS4 Controller. Die Zaun hat da erst gesagt, ist er weggangen? Ja. Biete dann auch. Hä. Meins. Ich. Ich glaub, ich mach an cleanen. So was, die man, ich mach immer mal aufg…. Ich hab Hunger, was denn muss ich essen zu? Aber rot? Aber, Pussy? die komplette in die kam mary mary jane schreibt mit ihr die ganze nacht oder ich freue mich schon wenn man ja trotzdem bin ich auf 60 fps noch aber die gt ist ja schon arbeiten dass die man damit ist ja schon lang ja schauen wir mal länger können ja sehr länger sie macht man drauf an ob es direkt noch auch noch der schul arbeiten ist oder ja meistens hast du fast am monat ferien die bin direkt an alter kann ich meine ganzen brille sondern direkt wochen muss immer egal wie es kommt ja wir zwei drei wochen oder kraft ja manche alter haben 34 monat kraft alter er weiß nicht was da los ist nein glaub ich weiß nicht das ist also komisch da ist noch besser dann arbeiten wir beide dann geht es uns beiden gleich und so lange weg aus oder mit zug aber das nice musik herrn aber ich weiß doch sowas so gut in dem dem so was jemand nix wien ob ich werde ich wird wie in vornal der entlang und dann wieder auf vierer halb sogar habe der saubern ein sorgt da das ist einfach das schaut aus das design ist übelst nein es schaut gefühlt aus aus naja wir fahren einmal oben mit dem flixbus in 1 1 die zahl doch nix weiter luka ich zahl doch keinen cent sollen dann werde ich einmal zu wieder du bist immer zugeklaget Hä? Ich glaub' mir immer, Alter. Ich glaub' mir immer, Alter. Die, Alter, die werden korrekt. Alter, wie fühle. Die wären auch so korrekt, gell? Alter, 91! Hau an! Warte, ich bin übelst drinnen grad. Stopp! Oh! Na, ob ich das freig sprengen? Oh, Alter! Na, ja, ich weiß nicht, aber... Das war grad ein... Ich freu mich da einfach, weil... Ich erläube kein 150er-Hatcher. Ich lebe das. Er lebe das nicht mehr, Manni. Warte, doch! Ja, ich krieg wieder einen Laser, gell? Weil sein Mut ist so eine hässliche Liga. So ein Gegner sind solche Metzfresser. Wie viel? Ja, und dann hat's auch. Ah. Ich hab vier Bildschirme. Oh, oh, hielt ich. Und dann kommt noch einer dazu. Was groß, Alter! Halt's mal! Ich muss das klippen! Geh! Ich hab... Da kommt noch einer! Nein! Ich hab Spray! Hab ich, hab ich! Ja, ich kann da nicht zubauen! Ja, genau! Ey, ihr seid so schlecht, Digga! Ihr wisst das gar nicht, Digga! Genau solche! Die erreichen! Die sind wirklich... Ich sag's nicht, wie... Schlecht kann man immer mal sein, aber dann spielt's wenigstens nicht so. Oh! Ganz ehrlich, Alter! Das ist aber... Fucked me! So! Oh! Oh! Scheiß! Sprayerei! Man muss... Stierpolter! Na, Alter! Komm, rein! Und kill mich! Dann ist alles gut! Aber na! Sprayn! Alles Sprayn! A do! Sprayn! An solo! Bis keiner mehr hat! Das gleiche, wenn du Pich olle hocksno schneitzt und noch das Pich umbringst! Scheiße! Das ist ein... Alter! Das ist ein Blutrausch! Schau, das Design ist übelst nice! Das Design ist nice, Basi! Das schaut auch so richtig verschwitzt! Ja, das ist halt auch geil! Mit so Pfeilen, Alter! Ja, das ist... Ja, das ist auch geil, das untere! Boah, das ist schwierig! Ja, save! Das ist... Habi, aber was sagst du? Die roten Blitze! Die sind ja ach geil! Warte! Alter! Ich weiß, es gibt blaue oder so! Ich verstehe nicht, warum es das nun gibt! Die roten Blitze! Ah, die sind unter dem Joker! Oder Reapers! Reapers zert! Ey, warte schon noch! Wo ist denn der Joker? Also... Ich nehme einen Softgrip! Ich weiß nicht, was das ist, aber ich glaube, das ist geil! Zollst du mir? Was ist ein Softgrip? Ich weiß auch nicht! Ich weiß auch nicht! Ja, ich weiß auch nicht! Schick! Ich hole mal einen Softgrip, Junge! 30 Euro mehr! Aber wenn... Wenn ich... Wenn ich... Soft dann klinge... Sehr geil, oder? Soft, ey! Der Skin ist doch Söten, oder? Kommt mir vor! Ja! 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 Ich habe mich nicht genommen! Also mir ist es nur nichts geschickt, gell? Hey doch! Ich habe mich in die Gruppen geschickt! Setup! Ich habe noch nichts gekriegt! 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 Ja! Dann gehst du um vier liegen! Und nachher stehst du auch auf! Ha! Brauchst du in der heutigen Zeit nicht mehr! Wollen wir uns drei Stunden Schule hast, Alter! Was tut denn hier da? Ja! Was tut denn hier da? Was tut denn hier in drei Stunden?! Labern wahrscheinlich! Na, das ist natürlich! Und danach warum hat es keine weiteren Stunden? Ja, weil wir am Montag so oft haben! Ja! Ja! Also jetzt immer am Dings, 3 Stunden, ich glaub der voll den Goß aus, weil der ist ja auch ein Geil. Ja weil wir am Montag auch gehen haben. Ja aber trotzdem, 3 Stunden ist schon defray. Ja dass jeder die gleiche Anführung schrumpft hat. Ah da war irgendwo ein Gegner grad. Das ist super toll, aber nein ich glaub das ist ja rein Plastik. Wow. Bist du toll? Ah nein komm, jetzt ist wirklich allerletzte. Ja aber ich muss Skin wechseln, was ist denn das jetzt auf einmal? Du kannst ja kein Mauern tun. Schau was sagst zu Storm. Zu welchen? Storm. Du hast noch kein geschickt. Ich selber schauen. Ja ich muss, ich muss, ich muss man konfigurieren, weil ich mal wieder. Ja kannst du einen eigenen Tab aufmachen. Ich bin jetzt am Handy, äh am Laptop. Ist mir egal. Ihr habt keinen Bock auf den Skin, Alter. Der ist schon so ausgeleiert. Ich spür jetzt mal den. Hab ja eh nur ein Dünner zahlt dafür. Ja mal den da. Das ist auch so hässlich, das Kind. Kannst du denn die Farbe von dem ändern? Ja der ist blau. Der ist ja ugly, oder? Also du bist ein bisschen alt, ey? Ja. Pass auf. Das hat mir ja einen Dünner kostet. Muss ich einmal ausprobieren jetzt gehen. Ja. Anonyme ist auch geil. Warte, was ich vielleicht auch mache. Warte, was ich vielleicht auch mache. Warte, was ich vielleicht auch mache. Warte, ich schicke es dir einfach noch, ey? Screen. Schicken. Ja, ich muss den konfigurieren schnell. Alter, der ist sehr geil aber. Paddle gibt's schon heftig, ey. Die sind's. Damit er dir dann FIFA springt, ey? Super. Ors. Ich spür Ors damit. Ja mit dem Springer FIFA. Osmanja. Ich glaub smart Bumpas. Ja doch smart Bumpas. Sorry. Smart Bumpas. Nehmt, nehmt, nehmt. Smart Bumpas. Sonst steht das nämlich. Vibrarthormotor, Vibrarthormotor. 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 in ruhe in grip show me beep bam boom oh no, wisse verruhm was ne schwuchtel da 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 was hast ich glaub ich mach jetzt einen nicen was die knöpfe das sind nachher süe wie so ein paar drohnen nimmst du den nicht? ja ich weiß nicht was du nimmst ja du steckst ja nie was rein was du rein kriegst ja jetzt auch wenn ich runde bin schon eine lama der controller ist leer ja das ist ja die letzte runde das kannst du nicht autun ich kann nix tun spinn ich oder rennt der skinschnoller der renntschnoller ist auch so wie es ist der ist wohl fast der skin ha der rennt zu schnell, hä hä ich schwör der renntschnoller ich schwör der renntschnoller ja komm, da war echt gefreut warte es gibt Pay2Win halt es gibt Pay2Win es gibt's wirklich TK was ist das Alter du Arschlack du Arschlack durchs Fenster wie Assi kann man spielen aber das ist Pay2Win in Fortnite kommt der hat er dann wird's heftig falsch heftig Hau raus du musst denken das ist ein Controller da war zwei Controller in Arme es ist so der automat gönnt bei mir nie oh gesagt gegendall getan da ist der automat und wieder one shot ich krieg gar nicht mehr ich krieg gar nicht mehr warum du ruhig denn die Olle ihr habt was scheiß AK Havi hier mal ein scheiß One-Shot-Macherei Bro Digger ich mach alles One-Shot Digger es ist so ehrenlos Wieso habe ich nicht Full-Shield Weil du mal schießt oder was Schüß Schau Na es gab das war jetzt eine Bestimmung das war's Hey ich habe Minus komm her Wieso Ja, ja. Das war's. Das ist so geil. Nehmen wir jetzt ein bisschen mehr. Das ist so groß. Das ist so groß. Das ist so groß. Ja, na, das war's. Das kannst du vergessen. Jo, äh, Leute. Wir hören uns vielleicht morgen beim Cup wieder. Schauen wir mal. Ähm. Auf jeden Fall werde ich heute noch meinen Skaf bestellen. Und dann... Jo Leute, und ich liebe es. Like und Abos da lassen. Und... Aasen.